Und, Oberhausen jetzt am Samstag? Ja man, das wird richtig saftig. Julian am Start, Spiele drin, Sido Reversal kommt. Echt jetzt? Ja man. Bist du bereit dafür? Weiß nicht. Eigentlich brauche ich noch eine Powerbank. Ich habe nur zwei, aber ich glaube nicht, dass es rechnen wird. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und das soll es jetzt sein, oder was? Ich sage mal, ich zeige. Deine Auswahl. Nicht so saftig. Ich wirklich nicht. Du meisterst 10.000. Das wird dir niemals reichen. Das ist mehr als 12 Stunden Spiel. Das auf jeden Fall. In dem Dauerbetrieb. Ja. Echt. Und jetzt? Ich habe noch eine Idee. Warte mal. Ja. Das Geile an Deepbunny ist, du hast viele Produkte mit einem Schläppchenpreis. Okay. Zum Beispiel, du hast keine Powerbank bekommen. Ja, zwei, ich glaube ich. Echt. Für die gewisse Spielaufgabenzahl. Schau, hier hast du eine Powerbank für 20.000 mAh. Für 16,67 mAh. Okay. Und wenn du sagst, ich bin mir noch nicht sicher, welche Powerbank ich zum Dauer nehme, dann kannst du dir sozusagen die verschiedenen Powerbankangebote favorisieren. Okay. Und dann kannst du nochmal vergleichen. Okay. Welche Dinge ich jetzt. Sagen wir mal, du brauchst jetzt ein Handy, damit du mal siehst, was für ein vielfältiges Angebot das hier ist. Da wo das iPhone. Hier, ein iPhone 7 Plus mit 32 Euro statt 679 für 599 Euro. Okay. Echt gar nicht. Also ich glaube, das Ersparnis 80 Euro. Und wiederum, wenn du dir hier Produkte erwirbst, kriegst du eine Art Cashback zurück. Nennt sich Credits. Okay. Diese Credits kannst du ansammeln und für verschiedene Gutscheine in jedem Fall auch einlösen. Achso, das heißt, je mehr ich kaufe, desto mehr Gutscheine habe ich. Genau. Also mehr Credits in jedem Fall. Okay. Und die kannst du dann wiederum einlösen. Okay, krass. Und wenn du sagst, ich möchte mehr Credits kaufen, aber ohne dass ich mir jetzt in dem Fall was kaufen möchte, dann kannst du gewisse Angebote hier teilen. Und allein, wenn du die Angebote teilst, da siehst du nochmal hier links unten auf der roten Zeile, bekommst du 80 Credits. Nur fürs Teilen. Oder zum Bewerten. Und wenn du nochmal auf Nummer sicher gehen möchtest, dann kannst du dich hier im Chat mit anderen Nutzern austauschen. Ach, da gibt es extra einen Chat? Genau, in jedem Fall Erfahrungen, wie sie sich zufrieden sind und ob die dir auch was empfehlen können. Das ist doch kein Musik. Genau. Was ist alles in der Welt drin? Also ein vielfältiges Angebot, Schnäppchenpreise, du sparst und du kriegst noch was zurück. Das hören wir. Ja klar. Das muss ich mir, glaube ich, gleich holen. Gibt es das auch für iOS? Kein Problem für iOS. Okay. Alles klar, dann hole ich mir das auf jeden Fall. Und ihr solltet das auch tun, damit ihr über alle Schnäppchen beschäftigt wisst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.